mal alle der sie kommt zu sein so dass bei mir der ruckelt ja wir spielen jetzt beschädigt damals das neue Einstellung da muss man die Grafikteile bis zu unterstellen ja also man hat zu schütteln vier ist es war das ist also Ende Januar sein die Papert immer das auf ganz niedrig die Porto das wird die Papo Papi PPP PPP Papo Kastel mir einsteigen und nicht zu dir fahren lässt ich habe gesagt in den Pause Bildschirm 30 der Pause wird aber im Spiel habe ich jetzt aber ich muss 25 frames hast du hast bei der Aufnahme und in er hat er auch die ganze Zeit so viele Fremds gehabt er hat reißig um den Preis aber jetzt schon mal wer ein zum Teufel also muss überlegen was hat ich noch mein Scheiß-Monitor jetzt habe ich richtig geil so mit 1080p und so ja ich habe jetzt ich habe immer noch geile Monitor weil wir für 26 Fram die Falle müssen und die Sterne ist alle weg weil wir nicht einkaufen wir machen ja das ja das ist für die Schausse aber viele Menschen wie ein kraschrottes ist ja jetzt ist es schon ich bin ja nicht gut 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 Kimbo Feuergefähr ey haltet auf haltet der Polizei Mann lass auf haltet die Polizei habet die Polizei bleibt da drin hey doch weiß nicht auch Ich habe einen krassen Salto über das Auto gemacht. Erstmal Heli gerufen. Was? Was? Ich suche mir gerade ein Auto. Da ist ein Auto. Oh, das ist unser Van. Unser Van. Ich schaue aus, Bitches. Okay, war nicht aus Schreng. Doch die Stimme aus, also. So, wir haben unser Van. Wo ist unser Van? Ich habe ihn. Ich gehe weg, komm. Der was sagt, Van? Van. Das ist so zu gefährlich. Was? Was? Jetzt ist wegen kein Rausch mehr drauf bei mir. Also stimmt, ich muss wahrscheinlich mehr reden, weil sonst nimmt das mit und einfach die Luft auf. Und das hört sich bestimmt nicht schön an. Nein, nein. Ach, du bist dein. Dann kam mal plötzlich schon ein Star. Ich bin denすご. Ja, was macht das? Zane ist ein hotter. Dauer, der hier. Ich bin für das nur Flachkirchen. Bin ich für alle Wallet auf current eine Missione, accelerator? aber ich bin tot ich komme aber so dass ich vielleicht wiederbeleben bei ganz nass kommt schon runter n so ist der märz 20 Minuten okay am Ende also Alter überhaupt nicht krank Ah, was sind meine Ohren hier? Tschüss, Frandi. Oh, wir sind beide tot. Ja, ich lieg in dir drin. Ich hab von der... Fail? Warte, bleib stehen. Alter, was ist das? So leckend ist es umzuspannen. Das ist so deine Hand. Koffer haben wir als ein Koffer, aber ich kann auch Koffer haben. Ja, nein, nur ab und der hat zurückgebracht. Ja, 3. Okay, das war schlecht. Ja, So, Brücken, dann los. Ja, Heli erwischt. Wo haben wir denn eins? So, sagen wir, wir sind gleich zum Rösser. Ja, das ist so ein Panzer hinter uns, aber passt. Ich hole euch meinen Panzer raus, Alter. Alter. Man merkt schon, wenn man außen ist und die Welt offen ist, Alter, was ist das? Ey, guck's mal auf dem Bild schon an. Ah. Jakob hat da wieder sein komisches Zeug laufen gelassen. Ich hab dir noch gesagt, dass er hier nicht mal reinkommen, ey, ohne Witz. Das geht ja gar nicht. Ähm, ich mach das, ich bin auch ein. Ich bin auch ein, 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 ich alle nicht mit so ist schweb mal stelle erhält man war noch ein bisschen zu benzen da an nur so dass du bist während ich habe war mal mal ein meist macht er so auch man sich ich 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 so bei anderen als erzielt er nicht weiter unten ich auch so Halt doch nicht flieg nach unten Alter was ist das? ah ich bin nicht ich falle hier runter gerade zu dir schon früh direkt neben dir gelandet so jetzt mal gucken wo oben mein Vital runter kommt ah guck mal Samuel guck mal nach oben ja warte oh Samuel pass auf Wenn du das jetzt von hier aussehen könntest... Nice, nice, nice! Ich bin tot! Ich hole mir einen Vogel und hole dich ab! Ja, ich bin tot! Ja, ich soll mir jetzt einen Vogel und hole dich ab! 20 Sekunden kriegst du niemals hin! Ja, sag mal, du unterschätzt mich! Nein, ich unterschätze dich nicht! Ich kenne deine Fähigkeiten! Ich kann ein Glas zerschlagen, also bitte, ja! Oh, aber du... Zumindest schaffe ich es mir einen Vogel zu holen! Hopp! Sag mal, bist du tot? Mhm. Oh. Ich spawne genau da, wo ich gerade gestorben bin! Bleib einfach mal! Bleib stehen, bewegt dich nicht, okay! Okay! Und lass dich irgendwie töten oder so! Ich muss mich nicht bewegen! Dann bewegt sich auch! Ja, ich meine... Die müssen auch auf und schießen, so dass wir sterben! Ich habe noch nicht gesehen, dass ich nichts war! Was man krassen Salter über Sorge macht! Also, was man von Bullshit du hässliche Fisch-Augen-Kopf-Gieber-Augend-Beifahrersitzung kann mich nicht bewegen! So wollte ich jetzt auch neu sein! O-objet! Lass mal Geld holen! Lass mal Bargeld holen! Bei Scheibe immeretts 쌍! Alles klarlegen, dann gut! Über 10 was ich über die Karte,� 3, contracted! kurz die Stilzivilisten da die die müssen ich hoffe ich wollte sie das schnitro geben über eine fest die Drucker ja auch gehen muss es noch werden er hat da geht euch straßen auf da war erst mal den sender wechseln wo erst mal ein motorrad zu ja mixte nein ich hätte gern 102.4 oh der fuk i don't care about helis ich hab's auch in dem tunnel wie kann er den heli töten ja erwischt alles gefahren ja das war grad geil ich werf die granate nach hinten weißt was passiert nein was dann äh polizei hat fett genau dann drüber als es explodiert ah die polizei ich hab's gefeiert warte auf mich warte auf mich ich bin drin i don't care about you ja 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 ich bin eh schon unterwegs ja ich bin eh schon unterwegs das will ich hinter dir die mich ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin das ist so schön das ist das nicht ja mixte ich habe mit der hübsche klassischen Musik auf ich bin wo es in die zum Wien ich bin ich bin ich bin ich bin Norwich hat es bedeutet der Erreger Partie dritten Kilo ist um du Scheiße da was ich bin Prozent Prozent da hat zum Beispiel zum Beispiel ich habe kein Wort ausgewählt Tja Leute jetzt muss ich euch wohl die nächsten Sekunden bis Minuten bis Stunden bis Tage bis Wochen bis Jahre unterhalten ich trinke kurz was es tropft so muss wieder da eh ja die Aufnahme hat sich gerade wieder resettet weil ich musste ganz kurz aus dem Spiel raus alle alle ich fühle krass wie viele Zombies sind ich gebe die Deckung von oben dass mir ein Motorrad zerstört das Motorrad könnte auch ein Zombie sein das war kein Zombie ich habe es selber hergekommen das war mein ich hatte einen emotionalen Witten komm wo ich bin nehm ich mit okay dann schlag ein ja ich renne schon so erstmal ganz geschickt rum nachher das kann es mal ich kann es so fliegen ist das Spur tatsächlich geschießt ein Sammel ich denke wie lange die Aufnahme noch Gute Frage, ich hab ja die Ruhe. Noch zwei Minuten. Gut, dann würde ich sagen, machen wir die zwei Minuten noch schnell? Ja. Weil es kommt jetzt sicher ein Film im Fernsehen, den ich ganz sehen möchte. Nee, noch fünf Minuten hab ich geguckt. Da Vinci Code läuft gerade, wa? Ja. Ja, dazu wurde ich auch gerade gerufen. Oh, Plastik-Seller, genau. Ja. Dann flieg mal ganz nach oben. Mach das, Samuel. Ja, wo, Loll? Was machst du? Ich stehe in der Luft. Loll, da muss ich hin. Wo? Da vorne ist unser richtig geiler Terrasse und ein Schirmchen. Da geh ich hin. Sammeln, was du wiederbleiben. Da ist sie. Das wird Spaß geben. Ich lieg in der Wand, aber ich lieg im Boden drin, Alter. Ohne Scheiß. Und das bei mir lege ich im Boden dran. Ich bin auch fast tot, Alter. Ich bin auch nur zwei Meter runtergesprungen. Oh, du machst das richtig. Oh. Äh, ich bin hingefallen. Dann kann ich das nochmal. Steh auf, aus dem Boden. Ja, cool. Problem? Du, huu. Oh, 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 oh. Hui, komm, ich nach unten flieg. Hui. Und damit betten wir diese Let's-Do-Shit-Folge. Wie immer, bleibt Gaga und, äh, huu. Nein, ich will auch noch auf dem Boden. Ja, ich will eh noch rein. Ich wiederbelebe dich in der Luft. Du hast wohl nicht sehen. Ich noch zehn Sekunden, Alter, ich krieg's, Alter. Ich krieg's nur aus dem, ja. Ich kann dich nicht wieder in der Luft wiederbeleben. Super. Doch, jetzt ist mir, ich bin direkt über der, ja. Ich bin tot. Damit betten wir's. Tschüss. Uuuu. Bleibt Gaga. Gargah. 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 Gargah.